Es ist eine große Herausforderung. Wir müssen jetzt für diese Menschen helfen. Es gab keine Frage über Zeit, über Geld, was wir tun sollten. Wir, LIA Sol, haben ganz konkret innerhalb von kürzester Zeit. Wir haben wieder angefangen Hilfsgüter. Eine Reise in die Ukraine organisiert, haben Waren, Hilfsgüter mit runtergebracht und, was ganz wichtig war, 19 Menschen wieder nach Augsburg zurückgebracht. Wir alles unser Leben verpackt haben in eine Läse. Wir fahren auf eine andere Lande, nichts nicht zu wissen. Wir einfach schütten unsere Leben. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns sehr gut genommen haben. Wir waren Teil dieser Familie ein paar Tage. Wir helfen uns in allem. Wir haben eine Niemals-Karte, um eine Verbindung zu finden. Wir haben sehr viele Kinder. 4 Lions-Klubs waren. Und 1 Rotary-Klubs auch. Wir suchen uns ein paar Partnern, die ein paar Doppeldecker-Busse, Geld für die Flüchtlinge und so weiter. 4 punto sind durch Schöpfung der Welt. 5 Minuten 1 bis 18 bis 18 bis 18 bis 18 bis 18 bis 19 bis 19 bis 18 bis 19 bis 19 bis 19 bis 18 bis 19 00 bis 20 bis 19 bis 19 bis 19 bis 19 bis 20 bis 19 bis 19 bis 20 bis 20 Tagen. Wir sind sehr glücklich, dass sie auch hier sind. Ihre Volontäre unterstützt, dass wir uns treffen, und jetzt drei Kinder sind wir zusammen. Es ist wichtig, dass es es warm ist und es gibt. Wir sind dankbar dafür. Für die letzten Wochen haben wir versucht, zu finden Wohnungen für alle Familien, und wir verabschieden die Apartment. Sie haben ein Leben voll von wunderschönen Dinge, und jetzt haben sie nichts. Meine Säte bekommen Kunststoffe, damit sie ihre Gefühle mit Trovinsk expressen können. Ich fühle mich an, und es hilft mir nicht. Es hat mich bewegt, dass man in kürzester Zeit so viele Menschen helfen kann, wenn es nur Kleinigkeiten waren, und das Lachen eines Kindes im Gesicht zu sehen. Ich fühle mich glücklich. Wir fühlen sich sicher. Wir fühlen sich sicher. Die Kinder sind glücklich. Sie wollen spielen, sie spielen und spielen. Und das ist das wichtigste für sie. Das ist der Grund, warum jemand sich in der Lage sein muss. Denn wir können helfen, wir sind stärker. Und zusammen, wir können die Welt ein besserer Ort machen. Dann haben wir ein Leben. Wir sind trank. Wir sind eh im Reis. Wir sind da die Welt.